51 Jahre, alter Motherfucker. Da findet man sich im Spiegel nicht mehr so toll. Wie alt ist eigentlich deine Mutter? 53, 53. 58. Da findet man sich im Spiegel leider nicht mehr so toll. Und manchmal wäre man dann ganz gern mal ein Schmetterling. Da findet man sich im Spiegel nicht mehr so toll. Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit dem Segel in den Ohren und fliegt auf den Sohörlisten. Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit dem Segel in den Ohren und fliegt auf den Sohörlisten. Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit dem Segel in den Ohren und fliegt auf den Sohörlisten. Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit dem Segel in den Ohren und fliegt auf den Sohörlisten. Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit dem Segel in den Ohren und fliegt auf den Sohörlisten. Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit dem Segel in den Ohren und fliegt auf den Sohörlisten. Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit dem Segel in den Ohren und fliegt auf den Sohörlisten. Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit dem Segel in den Ohren und fliegt auf den Sohörlisten. Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit dem Segel in den Ohren und fliegt auf den Sohörlisten. Schmetterling!